Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu tell me why ich kann ich muss gerade hier erst ein bisschen gucken Oh boy fire drills everybody's favorite way to slack off hey set your desk huh I I didn't think so move on right sorry of course I woke up at five and got ready for work Isabella's father was coming over 630 I really have a lot of my plate will catch up later though breakfast and as we were eating I realized I hadn't grabbed the mail the night before das hatten wir ja schon geguckt na das war das mit dem briefkastendieb ich weiß nicht kann ich auch noch nach oben gehen hey we don't need anything up there come on okay gut aber wir lesen jetzt erst zwei Geschichten weiter okay die Montexte verliert ihren Namen es war einmal in einem tiefen eiskalten See in einem uralten Wald eine alte Seehündin die in Wahrheit eine mächtige Hexe war sie war grausam und bösartig und liebte nicht so sehr wie im tiefsten Teil des Sees zu schwimmen wo das Licht das Eis kaum zu durchdringen vermochte und sie sich an den Leichen ihres vielen Opfer weidete die sie über die Jahre ins Wasser gelockt hatte der Hass loderte so heiß in ihr dass nur das kalte Wasser des Sees sie abzukühlen vermochte ihr wertvollster Besitz war ein zinnerner Spiegel der ihr die Geheimnisgüterin verkauft hatte und den sie in einer Tour am Grund des Sees aufbewahrte es war kein gewöhnlicher Spiegel wer hineinblickte seien der Reflexion jenes selbst dass er oder sie zu sein erstrebte und für die Spanne einer Stunde erfüllte der Spiegel diesen Wunsch wann immer ein Boot oder ein närrischer Reisender sich durch den Rand des Sees näherte verwendete die alte Hexe den Spiegel um als die wunderschöne Frau zu erscheinen die sie immer sein wollte mit dieser Verkleidung lockte sie die unglückseligen Seemänner oder Reisenden in die Tiefe in das tiefe kalte Wasser dort zwang die alte Seehündin ihre Opfer in ihre Dienste bis sie ihrer überdrüssig wurde und sie zu ihrer Leichensammlung im tiefsten Teil des Sees hinzufügte jetzt wird es ein bisschen tauchte bemerkte sie dass jemand ihren Spiegel gestohlen hatte die Truhe in der sie ihren größten Schatz bewahrt hatte stand aufgebrochen und leer da wer hätte solch ein heimtückisches Versprechen begehen können wer hatte es gewagt sie ihres einzigen Schatzes zu berauben die alte Seehündin wurde von einem brudelnden Zorn erfasst der das Wasser des Sees um sie herum erwärmen ließ eine Weile lang erfreuten sich alle dieses Umstands denn das Wetter wurde mild und die Luft angenehm warm doch nach einigen Wochen begangen die Probleme als erstes starben die Fische die in dem heißen Wasser nicht überleben konnten dann begangen die Gletscher zu schmelzen das Wasser stieg trat über das Seeufer und überflutete den Wald und die Wiesen und schließlich wurde es so unerträglich heiß dass selbst der Eiskönig aus seinem langen Schlummer erwachte und sich aufmachte nach dem Rechten zu sehen im tiefsten Teil des Sees fand er die tobende Hexe inmitten der Leichen ihrer Opfer sie groß so groß war ihre Wut dass das Wasser beinahe zu kochen begangen der Eiskönig brauchte nicht lange um zu verstehen was vorgefallen war und er forderte die Diebe auf sich ihm zu stellen die Diebe hatten keine andere Wahl als sich zu zeigen denn niemand wagte es sich dem Eiskönig zu widersetzen die listigen Kobolde erschienen mit dem Spiegel in den Händen warum habt ihr den Spiegel gestohlen fragte der König wir waren bloß neugierig und wollten sehen wer wir wirklich sein möchten entschuldigen sich die Kobolde aber das blöde Ding ist kaputt wir haben überhaupt nicht anders ausgesehen das bedeutet nicht dass er nicht funktioniert hat lächelte der Eiskönig nun entschuldigt euch und übergibt dem Spiegel mir denn er ist zu mächtig um von Dieben oder bösen Hexen verwendet zu werden die Kobolde entschuldigten sich und überreichten dem Eiskönig den Spiegel doch die alte Seehündin war immer noch zornig und was ist mit mir fragte sie ich wurde meines Schatzes beraubt und verlange wieder Gutmachung der Eiskönig runzelte die Stirn und erhob abermals das Wort alte Hexe du bist grausam und bösartig aber ich muss eingestehen dass dir Unrecht getan wurde von nun an sollst du den See verlassen dürfen und in deiner wahren Gestalt als alte Hexe auf der Erde wandeln aber einzig und allein bei Vollmond und ihr Kobolde solltet euch lieber vom sie fernhalten denn ich werde euch nicht vor dem Zorn der Mondhexe bewahren und das war die Geschichte wie die beiden Kobolde der Mondhexe zu ihrem Namen verhalfen Dann haben wir die Kobolde tricksen den wilden Jäger aus Es war einmal in einem Schloss unweit des uralten und tiefen Waldes dass der wilde Jäger für sein Vermächtnis mit der klugen Prinzessin zurückzukehren von der goldenen Fürstin bestraft wurde Für dein Versagen sprach die goldene Fürstin nehme ich dir deine linke Hand du wirst in den uralten und tiefen Wald zurückkehren und die kluge Prinzessin jagen Wenn du sie findest erhältst du deine Hand zurück versagst du abermals werde ich dir auch die rechte nehmen Mit nur einer Hand konnte der wilde Jäger immer noch auf die Jagd gehen doch sollte er noch die andere verlieren würde er nie wieder jagen können und wäre fortan kein wilder Jäger mehr Bloß noch ein wilder Also kehrte der wilde Jäger in den uralten tiefen Wald zurück und suchte mit seinem bohrenden Blick nach der klugen Prinzessin Die listigen Kobolde waren gerade unterwegs um schabernackt zu treiben als sie den wilden Jäger auf der Pirsch sahen Wir dürfen nicht zulassen dass er die Prinzessin findet sprachen die Kobolde und schmiedeten sogleich einen Plan Es war Waschtag und die Prinzessin hatte ihr wunderschönes Kleid zum Trocknen aufgehängt Die Kobolde klaubten es von der Wäscheleine und stopften es voll mit Stroh Dann kehrten sie zu der Stelle zurück wo der wilde Jäger durch den Wald streifte Als der wilde Jäger einen Pfad beschritt der ihn zu dem großen Holzhaus geführt hatte Ließen die Kobolde die Strohprinzessin in der entgegengesetzten Richtung auf und ab tanzen Die list ging auf der Jäger richtete seinen bohrenden Blick auf sie und nahm die Verfolgung auf So führten sie ihn den ganzen Tag lang stetig fort von der Prinzessin Als aber die Nacht hereinbrach begriffen die listigen Kobolde den Fehler in ihrem Plan Der wilde Jäger machte nun Jagd auf sie Würde er sie zu fassen bekommen würde er keine milde Walten lassen Also steckten sie die Köpfe zusammen und heckten einen Plan aus Es dauerte nicht lange bis sie wussten wohin sie gehen mussten Sie führten den wilden Jäger an das Ufer eines tiefen und eisigen Sees Als er in ihr Blickfeld geriet beschwerten sie die Strohprinzessin mit Stein Und ließen sie in das kalte Wasser gleiten Wohl bedacht nicht selbst hineinzufallen und sich so der Rache der Mondhexe auszusetzen Der wilde Jäger legte seine Kleider ab und stürzte hinter der Strohprinzessin in die eisigen Fluten Er folgte der Gestalt der versinkenden Prinzessin bis tief in das kalte Wasser hinein Dorthin wo die Oberfläche des Sees von eis bedeckt war Endlich gelang es ihm sie zu ergreifen Doch als er sie umdrehte sah er dass sie keinen Kopf besaß und ihr Körper mit Stroh gefüllt war Und dann spürte er einen glitschigen Flosser auf seiner Schulter als die Mondhexe sich über ihn erhob Am nächsten Morgen wollte die Prinzessin ihr Kleid von der Leine holen und merkte dass es fort war Sogleich hatte sie die Kobolde im Verdacht und rief Kobolde habt ihr mir mein Kleid gestohlen Die Kobolde kamen aus ihrer Höhle hervor und nickten traurig Was soll ich denn jetzt tragen fragte die Prinzessin traurig und erbost darüber dass sie ihr einziges Kleid verloren hatte Lass uns erklären sprachen die Kobolde Also berichteten sie der Prinzessin von dem wilden Jäger und holten dann seine Kleidung hervor Zwar war sie der Prinzessin ein wenig zu groß doch sie war viel wärmer als ihr hübsches Kleid Sie vergab den Kobolden sofort Vielen Dank meine Freunde sprach sie Danke dass ihr mich gerettet habt und danke für diese Kleider Die mich im Winter viel besser wärmen werden als mein hübsches Kleid Der wilde Jäger war unterdessen gezwungen bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben Doch sie tötete ihn nicht Denn selbst mit nur einer Hand war er ihr ein überaus nützlicher Diener Und so wartete er auf den Tag an dem er den See verlassen und abermals Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde Um sich seine linke Hand zurück zu verdienen Und das war die Geschichte davon wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahrten Und dann habe ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zehn Stück haben wir noch Okay Oh, so Ähm Allison Allison Achso, ja okay Dann so Du bist du sicher? Du bist nicht gesehen? Morgen, Chief Brown Guten Morgen, Tyler Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We'd like to see our mother's case file We talked to Greg's We were hoping to file a request for access Today Excuse me Excuse me Come on Das will er nicht, ne? Er will es nicht You can fill out the paperwork, but the file won't be ready for a few days How long is it gonna take exactly? That depends Three days? A week? A week? Aren't all the files just upstairs? Yeah, but the approval process takes time I don't know what you're looking for in that file I was the officer in charge of the case and there's nothing you two don't already know Look guys, I've got a victim waiting to finish your statement We can file the access paperwork later tonight, alright? Hmm Nach oben Wir finden es selbst heraus, wir können nicht viel tun, wir finden es selbst heraus Well, he's obviously not going to give us the choice So I say we go get it ourselves Where do you think they'd stash your file? I don't know The Archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive Go big or go home? Could you go through the full details of your morning with me? Dr. Torres Oh, ich muss mal eben mich anders hinsetzen Ey, mein Stuhl knatscht hier Finden wir es raus What's up? Tut mir leid um den Hund Arbeitet als Polizist wegen der sich selbst Tut mir leid um den Hund Allison told me about your dog Allison told me about your dog I'm sorry Thanks, yeah He was a good boy The best Um Fing der GCE How did you find out about the GCE? Same way anyone finds anything The internet It took a few months before I actually went to a meeting though Every time I thought about going, I chickened out Becomes Really? Why? I had a bad case of bi-imposter syndrome Like I wasn't queer enough But we're talking about teenage Denise here I've worked through my shit now It is a wonderful supportive community Can't recommend it enough So, how do you like being a cop? Must be kinda weird Oh yeah But I know I do a lot of good here And the team's great Chief Brown He gets it Really? Mhm We hired this guy last year Who kept asking me to get him coffee Chief canned his ass that day Wow Way to go Chief Brown What about you? Any thoughts on the future? Well, I studied to be a park ranger And I'm hoping to do a tour in Denali Hey, you know, I have a cousin who works in Yosemite If Denali doesn't work out I could see if they have any openings for you You'd do that? Of course As long as you don't make me sorry I offered Thanks, Denise That'd be amazing See you around then Yeah, back to the grind We'll talk later, okay? War echt cool Können wir mit ihm nochmal reden? I think it'd be helpful Let's go upstairs So, Tyler Chief said you were a mentor over at Fireweed, huh? You think you could join in the force? Greg's, he just got here Yeah, I know, but We could use more people like him People like me? Well, yeah, you know, people with natural authority Are you really trying to recruit my brother? Huh, and why not? We're short handed right now And, since you've shot down my offers I figured, I'd try the other Ronin kid Wouldn't hurt to lower the average age around here, I guess Mhm Okay, gehen wir Er will ja nichts mehr sagen Sie redet auch nicht mit uns Wir können hier wahrscheinlich nirgendwo durch Ne, wir können nur nach oben gehen Was machen wir jetzt? Hey Hey, what are you two up to over there? Everything alright? Uh, yeah, everything's fine We're just, uh I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is Tyler, help me out here Oh, uh, yeah Toilet emergency Lake water You know Mother nature's Juice cleanse There's a bathroom just past the break room Behind you First door on your right Forget it, Tyler There's no way we're getting upstairs out in the open like this It's too suspicious There must be another way up Ähm Den Gebäudeplan überprüfen Gibt es nur, dass wir den Gebäudeplan überprüfen Maybe we can check out that map of the building in your reception Oh my god Why didn't I think about that lobby Now Alright Let's see So, wir haben hier an dir Es gibt ne Außentreppe Das seh ich jetzt schon, oder? There Fire exit It opens up to a staircase on the side of the building But it'll definitely be locked from the inside If one of us were to create a diversion The other could slip upstairs and open the door And since you're the troublemaker I nominate you as the one to make a scene Wait Really? Got a better idea? Na Nicht wirklich, ich bin ein schlechter Lügner Really? Oh Right, let's go Wie soll ich das denn machen, das Ablenkungsmanöver? Kann hier nichts machen Ah, da Die Akten Los geht's Hat funktioniert Hm Okay, nach rechts gehen, sobald ich die Wache verlassen habe Äh, ich muss los, ich muss eine rauchen Eine rauchen, ja Yeah, I need a smoke You should think about quitting Only gets harder, the longer you do it Yeah, I know While you're at it Get your sister and stop too Nach rechts Okay 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 I'm by the door Come on Ja, das müssen wir hier untersuchen So that mailbox bandage struck again, huh? Apparently so Those garbage cans are like the opposite of bear proof You know, it's actually really unhealthy for animals to eat our trash Simmer down We don't have time for a ranger rant And I've got the wildlife channel too, you know Was that red warehouse part of the whole chicken farm business? You know it It's a shooting range now Ah Uh Is that supposed to be? Greg's? Oh Yeah Well No one knows for sure But The resemblance is uncanny Who's the artist? Goldcase Firerex, it's right behind me Ja, Entschuldige, ich wollte ja nochmal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde Also diese ganzen abgedeckten Dinger, ne? Das nennt mich irgendwie immer an Leichensäckel Okay, wir müssen sch... Vorsichtig sein Shit Where are you? Right here Open the door Normalerweise hätte man das doch gehört, oder? You took control of your destiny Own it Okay, wir sind drinnen Büro oder Archivraum Ach, die Waffenkammer Schon gedacht, hä? Büro, oder? Ich weiß nicht, wo wir gucken können überall Wir gucken erstmal hier How old is Brown? 38 Oh, wow Graduated really young Youngest officer to ever join the DCPD If Eddie catches us in here There's no turning back now Das stimmt Looks like this is where Brown keeps all his personal mail Department budgets with zero case files Looks like he's working with the office of child services on the case None of our business Das ist ja auch eher uninteressant Das ist ja auch eher uninteressant More back doors and secret moves Maybe he didn't want to make you uncomfortable Well, now I feel like I'm in his debt Also er hat für ihn den Aufentag bezahlt You went to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me Michael and I were supposed to go together He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company Why? Well, uh This letter says you got in What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Alison Shouldn't be surprised he's lied to me in the past Hmm Brown really wants everyone to know what a fine, outstanding citizen he is Doesn't he? He's a genuinely good person And saying that here makes me feel even worse The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah The community social He volunteered to help And since he pretty much knows everyone And more importantly Who's called the cops on who He's in charge of the seating chart Wie gesagt, ich lese nur das wichtige vor Ihr könnt selber stoppen und lesen Let's put the Vecis next two Can you not? So Er hat den Aufenthalt bezahlt Er hat für Alison einfach was abgesagt Also Er ist nicht so nett wie er tut Oh, wir haben was gefunden Hm Hey, you Hey, you Though we are destined to burn We emerge as Stardust Is that? Oh, no Oh, yes Burn it Burn it with fire Was ist das? Unter den Perseiden suche ich nach dir Mein Aal weit im Drachenkopf So reiße ich allein in mitten anderer Sternenschein Doch habe ich Augen nur für dich und nicht für sie Und so schiebe ich sie aus meiner Milchstraße in eine andere Galaxie Ihr Strahlen müssen weichen Möchte ich dein Licht erreichen Und zwar erwartet uns das Feuer Doch gehen wir daraus hervor als Sternenstaub Und so schaffen wir ein neues Universum hier Und es besteht aus dir und mir Okay Drogenzubehör Mhm Drogenzubehör Du findest nichts? Nein Geräusch? Du versuchst zu hacken zu seinem Computer? Wir sind hier für Informationen Und die Computer sind grundsätzlich Informationen-Piñatas Nacho Desaster Du hast dann alle geantwortet Du genie Mensch der war dann heute morgen Kaffee gepisst Hupsala Leute wir sind alle hier erwachsen Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in der Polis Lieber hinten Ja achso das ist äh Interessant Möchten die bevorstehende Staatsratssitzung erinnern Anti-Nü Der Anwesenheit Montag Randy Spears Verbindung Wir können all von diesen Diskussionen profitieren Abendessen Tom Tom invited Eddie over for dinner Oh Yeah He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement Does he? Support Tom? He preferred staying neutral Mhm Woah Brown looked at our file this morning Wait what? What does that mean? I don't I don't know But there's a reference number R6 8653 1-680-653 One of these emails mentioned the archives That's gotta be where our file is Ja dann wollen wir mal ne Ich denk mal hier irgendwo Privat Restroom Wir sehen jetzt hier auch viele Zahlen Und wir sehen, dass die 0, die 1, die 4 und die 6 Und das Schloss unten abgenutzter sind als die anderen Okay, also müssen wir jetzt hier gucken Nein Wie ging noch irgendeine Idee Wie ging noch die Melodie Dumm Da-dai-dum Dumm Da-dai-dum Dumm Da-dum Da Ach, mein Gott Dumm Da Die Dumm Yes Ha Ich bin so gut Ah, looks like they're finally going digital Oh, that's right I remember Eddie complaining about this They're gonna have to resort everything Great They've digitized their closed files, but Only the ones before 1990 Meaning Meaning our file is still somewhere in those boxes Perfect A room of scattered case files and a half-done sorting system Yep This is gonna be so fun for you I'm gonna go keep a lookout What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because If anyone sees me, I'll have a better excuse for being there Reach out if you need anything Yeah Look it up She says Okay Wie gesagt, stoppen Und dann könnt ihr selber lesen Ich denke ja, dass er vielleicht noch irgendwas sagt Deswegen versuche ich gerade, die anderen alle aufzudrücken No That's not it You finding anything Aber ich denke, ich werde wohl Einfach das nehmen müssen, was geht Gerade Wegen der Aktennummer Ich brauche die Nummer R 68 05 05 05 05 Ah, da. Okay. Chronologische Aufzeichnungen. Ermittlung Fall Nummer 68 653. 1.3.2005. 22.35 Uhr. Vor an einem Partner. Officer Christian Holt über Unfall an der 12 Canary Road. Delos Crossing AK 77 477. Informiert, weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren 8.07.1964, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen 36 359 und 36 360. Brown 22 Uhr 58 Holt und ich erreichen den Tatort Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist J. Chan. 56 22 Brown 23 Uhr 7 Zeuginnen Name der Minderjährigen Geschwärzt. Ronan und Name des Minderjährigen Geschwärts, äh, der Minderjährigen Geschwärts Ronan. Geboren 7.03.1994. Ausfindig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in der Obhut vom Streifenpolizist J. Chan gegeben. Brown 23 Uhr 41. Gerichtsmediziner, Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O. Tully 56 29 vor Ort. Fotografien des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Wrestler 31 21 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Scheune Brown. Okay, drehen. Okay, aber ich muss jetzt sowieso erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.